99 und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja in der letzten folge haben wir es na super die rupler gehen sofort los haben wir in der letzte folge haben was hingekriegt die kraft aller ahnen zu bekommen wir sind hier jetzt auch beim feuerklagen gerade ist es aber auch dunkel wieder nacht das heißt ich würde vielleicht lieber jetzt einmal kennen gehen in in ließ hütte zum nächsten morgen und fritjolf haben wir auch noch nicht wieder beziehungsweise er uns nicht das heißt ich bin vielleicht irgendwie kommen lassen sie haben dass uns jagen geben alles klar folge mir ich weiß wo es was zu schießen gibt okay dann ebenso aber auch in das auch wieder ein neues fest leiden interessante wegfindung auf jeden fall aber wir sind jetzt erstmal dabei die ganzen einfachen quests zu machen was hat er vor jetzt zu jagen kommen die nehmen wir eben noch mit da ist noch so ein misst wie ja natürlich ja 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 dem hast du es gezeigt ich werde niemand vermissen glaube ich auch so ja jetzt um die wolfsjagd hierbei mit live die ganzen wölfe hier ausschalten und so kommt so weit ich hoffe ich überlebt ich hoffe ich überlebt das leidt immer du die mal ganz kurz bitte um die damit ich mir eben wieder so besuchen werden kann kommt die hoch die kommen nicht hoch doch dem hast du es gezeigt armselige kreatur ja das bin ich so da hinten ist noch einer noch ein paar mehr sogar was will er hier haben wölfe oder ich speichere vielleicht einmal ich weiß jetzt nicht wie viel Leben er noch hat so hier sind wir normalerweise wimmelt es hier von beute also halte deine augen offen und deine waffe griffbereit äh ok bring mir was über die jagd bei wie werde ich orkjäger lass dir zeit und visier ihre schwachstellen an kopf hals ungeschützte körperstellen du weißt was ich meine dann schick deinen pfeil auf die reise wenn du geschickter wirst richtest du auch mehr schaden an ok 9 lernpunkte haben wir noch so was waren die quest hier ja gleich hatte das jetzt mit den wölfen zu tun oder wie habe ich oder die orks hier das bleibt noch einmal speichern nun sicher zu gehen wolfskraut nehme ich mal beide mit jetzt habe ich mich tatsächlich wegen dem scheiß wölfe schütten dass der auf einmal hinter mir steht so wir müssen aber demnächst wieder grillen friktol komm mit alles klar hier war die ganze zeit friktol und ich habe schon gewohnt wo ist er gibt sie da ist eine feuerstelle wölfe und ich höre hier immer noch wölfe so so apropos ok bis zur nächsten stufe brauchen wir auch nicht mehr viel das heißt wir können hier falls wir hier noch ein paar wölfe finden aber ich will jetzt nicht die wölfe hier raussuchen noch ein paar sammeln noch ein paar sammeln oder warte mal genau nur 7000 punkte nicht mal mehr oder oder wir gehen zum äh zum welchen clan äh kittl braucht zwölf bison fälle und steynas rüstung und bringt die eiswoll fälle zum wolfs clan nicht zum feuer clan auch nicht zum kloster komm hammerclan wäre der nächste begeben wir uns zum hammerclan und suchen da nochmal keti walausgesetzt äh die finden den weg wieder der bleibt bei uns okay hammerclan die richtung ja aber echt jetzt wo war keti und vielleicht reicht das auch für ingwer was die hier jetzt haben äh hier hammerclan wegen das äh mit dem erdschmieden jetzt kommt dann brauche ich nochmal irgendwie 20.000 äh das hier haben wir auch schon voll mittlerweile nice der hier fehlt uns noch waffen aus reinem erdschmieden schmiedekunst sind sogar bei 78 und so mehr schmiedekunst als wir eigentlich brauchen so sprengpeile und schmiede erstellen das fehlt uns noch meucheln meistert die unmögliche taschentifte ich glaube die drei werden wir nicht mehr hinkriegen schmiede frithjolf frithjolf Sehr, okay, sehr schnell. Renn, renn du Depp! Die sind doch sehr, sehr schnell. Äh, Katze. Ja, überleben wir nicht. Haben wir nicht überlebt. Super. Wäre eine lustige Idee gewesen, hätten wir das geschafft. Na ja, egal. So, noch ein Versuch. Oh, warte mal. Wo kommen die denn her? Erstmal die Schamanen loswerden. Jetzt renn! Okay, erstmal die Goblins da loswerden. Die Gobbos. Und dann um die Bisons. Aber wo kamen die Gobbos jetzt daher? Oder vielleicht ein Nacht'n anderen? Und dann... Okay, jetzt haben wir's geschafft. Das sind aber noch ein paar. Aber komm, wir gönnen uns jetzt ein bisschen Fleisch. So. Und speichern. Das war's für dir, du Mistfiel. Okay, äh, ganz schnell den da. So, die machen ja gar keinen Faden. Ja, 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 doch. Ja, ja, doch. Ja, ja, doch. So, das wäre erledigt. Hier alles mitnehmen. Äh. So, äh, den Wollnashorn. Ähm, so. Da vorne können wir nochmal ein bisschen was grillen. Waren wir das da jetzt genießt hatte? So. Eisenhalm nehmen wir auch nochmal mit. Und jetzt grillen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen was haben. Nochmal 14. Exakt 100 haben wir jetzt Fleisch. So, aber, äh, Fridjov, da ist er. Wie viel fehlt uns jetzt? Ja, viereinhalb Tausen. Für die nächste Stufe. Und hier sind nochmal drei Eiswölfe. Da. 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 Dem hast du's gezeigt. Ein bisschen viel weniger. Nice. So. Und jetzt nochmal Fleisch. Das können wir auch nochmal speichern. Wie weit läuft er eigentlich mir hinterher? Wenn ich teleportiere, äh, bringt das irgendwie, äh, so kommt er nicht mit, aber... So, Feuerclan. Hammerclan. Die Richtung. Noch ein Gobbo. Das wäre erledigt. So. Das wäre erledigt. Äh, jetzt ganz kurz überlegen. Ich glaube, mit der Kart, ja, da entlang. Da ist denn noch ein Gobbo. Da. Da. Ein Mist viel weniger. So, hat der aber auch Fragen gemacht. Ah. Dem hast du's gezeigt. Da. 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 So. Das wäre erledigt. So. Nice. Nochmal ein bisschen Fälle. Und, äh, ja. So, aber wo war Kethil nochmal? Den will ich definitiv noch finden. Wollen wir jetzt nochmal kurz auf ein Map. Ach komm, wir können hier nochmal kurz grillen. Wir haben wieder ein bisschen Fleisch gesammelt. Hier nochmal 6. Bei 103 sind wir jetzt. So. Und das. Da. Da. so. 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 auf, dass es eine Erzurüstung oder sowas. Ja, jetzt komme ich hier nicht hoch. Und Lasten müssen wir auch noch wiederfinden. Mord. Reto. Jäger. Haupttöter. Jäger. Wo ist denn... Na jetzt ehrlich, wo ist denn eigentlich Kethil? Hier oben. Ich halte. Was machst du denn hier? Das Dorf ist in die andere Richtung. Und was machst du hier? Was machst du hier? Wache. Ziemlich langweilig. Zu viel Zeit zum Nachdenken. Worüber denkst du nach? Worüber denkst du nach? Bist ganz schön neugierig. Willst wissen, was hier los ist, was? Ja. Ich mach dir ein Angebot. Du besorgst uns ne schöne Flasche Schnaps? Dann plaudern wir ein bisschen. Was hältst du davon? Hier ist ein Schnaps. Hier ist ein Schnaps. Das tut gut. Ist tödlich langweilig hier draußen. Was willst du wissen? Erzähl mir was über den Hammerclan. Wir haben die beste Schmiede des Landes hier. Das liegt an der Mine und dem Ofen und natürlich an den Erzschmelzern. Die Orks und wir kloppen uns schon immer um die Mine. Aber so schlimm wie zur Zeit war es noch nie. Egal wie viele wir von ihnen töten, für jeden toten Ork tauchen zwei neue auf. Wenn das so weitergeht, werden wir früher oder später untergehen. Klingt als hättet ihr ein Problem. Haben wir. Ich möchte nicht in Chalfs Haut stecken. Okay, erzähl mir was über die Erzschmelzer. Erzähl mir was über die Erzschmelzer. Sie sind die einzigen, die wissen, wie man das Erz weiterverarbeitet, ohne dass es seine Kraft verliert. Ingvar ist der oberste von ihnen. Eigentlich ist er ganz okay, auch wenn er ziemlich eingebildet ist. Aber wer wäre das nicht als bester Schmied des Landes? Erzähl mir was über Chalf. Erzähl mir was über Chalf. Er ist unser Anführer. Ein großer Krieger. Er muss zusehen, dass unser Clan überlebt. Ich glaube, er macht sich größere Sorgen, als er zugibt. Okay, und was gibt es hier zu holen? Wo gibt es hier was zu holen? Hier. Nun, wenn man weiß, wo. Warte mal. Hast du das gehört? Nein. Das war mein Magen. Ich sterbe vor Hunger. Irgendwo im Dorf gibt es bestimmt ein leckeres Stück gebratenes Fleisch, das meinem Kopf auf die Sprünge hilft. Ich helfe dir auch gleich auf die Sprünge. Vorsicht, Kleiner. Du willst was von mir? Besorg mir das Fleisch und ich sage dir, wo etwas zu holen ist. Klar? Hier ist dein Fleisch. Lecker. Für Fleisch könnte ich durch einen Schneesturm gehen. Also, was ist? Ach ja, ich werde dir eine Frage beantworten. Wonach suchst du? Orcs. Die gibt es hier überall. Vorhin noch habe ich gesehen, wie ein kleiner Trupp von ihnen sich unter unserer Brücke einnistete. Wenn du dich beeilst, erwischst du sie noch. Okay, äh, Quest, Brücken-Orcs. Okay, unter der Brücke sind auch noch Orcs. Aber das war jetzt nur ein Trupp und, äh, kein, keine Gruppe, die man irgendwie, so, ähm, für eine Befreiungsaktion machen muss. Kämpfer, Hauke, Jäger. Käthiel. Äh, ich habe beim Wolfsclan-Anladung Fälle bestellt. Und für? Stainer braucht Rohstoff für eine neue Rüstung. Was für Fälle? Wieselfeld, schweres Leder, verstehst du? Er braucht einen Dutzend von den Dinger. Wenn du sie mir bringst, beteilige dich am Gebiet. Und es kommt noch schlimmer. Aber trotzdem geht es um. Wo markiert hier? Das hat uns geantwortet. Jäger, Jäger, Kämpfer, Kämpfer. Hör bloß auf, ist das dein Ernst? Kämpfer, Jäger. Ne, jetzt ernsthaft, wo war Käthiel? Raugtöter. Jäger. Kämpfer. Stainer. Apropos Stainer. Äh, warte mal. Speichereimer. Dann gebe ich ihm seine 100 Erz. Äh, ja. Hier ist dein Erz. Hier ist dein Erz. Gut. Hier ist deine Rüstung. Ich hoffe, sie passt. Du bist ja ziemlich klein. Leichte Nordmann. Dafür habe ich jetzt 100 Erz ausgegeben. Ketiel, hier ist er. Hier ist er. Ähm. Hier sind deine Fälle. Hier sind deine Fälle. Ich hoffe, du hattest nicht so viele Probleme. Hier ist dein Erz. Das ist das dein Erz? Zeig mir deine Ware. Es gibt doch nur wieder Erker, als ob ich nicht schon genug wollte. Hier darfst du haben. Oh, ein Schwert. Will nur behalten wollen. So, die Dinger. Die können weg. Die können weg. Ah, okay. Warte mal. Das hat uns gerade vergessen. Das gibt doch nur wieder Erker. Oder warte, äh, wenn ich den dafür wieder zurückpacke und und dann so mache. Ja, da hat er nur noch zwei. So, okay. Okay, äh, jetzt haben wir hier nur noch die Brücken-Orks übrig. Was kann denn schon groß passieren? Äh, Ugold? Ich habe Erz gefunden. Ich habe das Erz gefunden. Sag ich doch. Immer die Augen aufmachen. Warte. Ich habe hier was für dich. Ich denke, die kannst du jetzt gut gebrauchen. Eine Spitzhacke. Ich bin hier ein bisschen enttäuscht. So, äh, kann ich ihm jetzt sagen, äh, tschall? Ich dachte, ich könnte ihm jetzt irgendwie Bescheid sagen. Wie sieht es hier jetzt mit, äh, Dingens aus? Ingvar? Was willst du? Die anderen Schmelzer sind einverstanden. Dann ist es entschieden. Ich werde dich unterrichten. Bring mir was über das Schmieden bei. Zehn Lernpunkte. Haben wir. Zeig mir, wie ich eine reine Erzwaffe schmiede. Für eine Klinge aus reinem Erz musst du ein Gefühl entwickeln. Verwende nur die Rohstoffe, die dir angemessen erscheinen. Beginne mit deiner Arbeit, wenn du Ruhe hast. Geh vorsichtig mit dem Molin um. Wenn die Flammen auf dem Erz zu tanzen beginnen, ist es heiß genug, dann forme das Erz nach deinem Willen am Amboss. Zehn Lernpunkte habe ich noch. Okay, wir haben das jetzt voll gemacht. Äh, und das hier voll. Und das hier. Das heißt, den Rest würde ich hier irgendwie noch investieren wollen. Das ist mir, glaube ich, egal. Sprengpfeile und Schafepfeile. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. So, Regeneration und Paladin werden noch die Sachen, die fehlen. So, äh. So, äh. Hier fühlten. Rauschen. Meister Schwert. Dafür brauchen wir zwei Katanas. Einmal Licht, wo kriege ich Licht her. Ich könnte ein Nordmarschwert machen. Zeig mir den Waren. Hat er hier... Er hat Zweihänder, Rubin-Klinge, Zweihänder. Der hat aber auch nochmal gut Geld. So. Schlossball. Davon kann ich einen abgeben. Die Dinger weg. Ordensschwert. Ähm, Golem-Beschwör. Armee, der Golem-Beschwör behalte ich mal. So. Das kann weg. Ja, das kann weg sein. 17 Erz-Rohlinge haben wir. 30 Eisenerz. 23 Erd, normal. Also magisches Erd. Okay, dann jetzt noch einmal zum, äh, unter der Brücke. Dann müssen wir noch Lars finden. Und, äh, den, äh, den, äh, Hetser. Und dann haben wir hier auch alle Quests erledigt. Äh, Reto? Kann ich auch nichts Neues sagen. Okay. Also hier unter der Brücke chillen irgendwelche Orks? Aber seit wann sind die denn da? Dein Kopf gehört mir. Die, äh, die, äh, die, äh. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen Abstand nehmen. Und noch mal so ein Eintopf. Alter, ist doch nicht deren Ernst. Und noch mal so ein Eintopf. Ich glaube, er stirbt jetzt gleich. Okay, wie viel Leben hat er noch? Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Das glaube ich dir. So, da ist aber noch ein Ort. Ach, der hat sich selber geheilt. Okay. Einer war da noch. Das meine ich. So, ich speichere jetzt nochmal. Ich werde die jetzt nicht alle durchlooten. Wir haben eh mehr Gold als genug. Dein Kopf gehört mir. Wir müssen hier nicht noch mehr Ort sein dann. Säbelzahnkatze. Säbelzahnkatze. Äh, Brückenorks. Äh, vorhin habe ich gesehen, wie ein kleiner Trupp von ihnen sich unter unsere Brücke einniste. Wenn du dich behaltest, erwischst du sie noch. Ist hier noch ein Ork irgendwo? Oder muss ich die looten? Damit ich Beweis habe. Das waren fünf. Das war jetzt der erste. Zweite. Dritte. Ah. Der steckt ihn nur fest. Ja. Ah. 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 ich stehe auf diese ganze Scheiße. Okay. Äh. Hochland hier. Das waren doch die Questdinger, ne? So, der steckt hier fest. Komm, wir nehmen den. Vielleicht nochmal was fordern. Und dann neben hinterher, die Hochland hier schütteln. Die hatten wir doch gesucht, meine ich. Die Quest. So. Ach, komm. So, ich nehme die wieder alle mit. Und laufe denen gleich hinterher. Ach, komm. So, den hatten wir. Wo, äh... Da haben wir noch einen. So, aber waren das jetzt alle? Abgesehen jetzt von den einen, der da runtergeflohen ist. Vor allem für wen waren die Quest jetzt, äh... Er lege die Hirsche auf dem Plateau. Am besten alle. Also, da hinten war noch... Nein, das ist eine Säbelzahnkasse. Ein Hirsch spielt uns noch. Dann gehe ich mal von aus. Der eine, der ich irgendwie... ...und... ...und... ...eiswolf. So, den hatten wir schon. Wo ist... Wo ist der eine Hirsch? Das war jetzt aber der falsche Hirsch, glaube ich. Das heißt, hier müssten noch ein, zwei sein. Das ist jetzt nur die Frage, wo. So, Fritjof ist auch wieder weg. Na, aber echt, wo könnte jetzt die Restlinge hier schon sein? Speicher einmal. Vorsichtshalber. Nur um sicher zu gehen. Wollnachshorn. Noch ein Säbelzahnkatze. Äh, Fritjof? Wo ist er hin? Jetzt hört... Äh, äh, wo ist er hin? Acht, hier. So, ähm... Töte den weißen Hetzer. Er ist, äh, unser bester Jäger. Aber er sitzt in... Ja, warte mal, äh... Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit im Norden. Wenn du müde bist, wirst du ihm begegnen. Wie weit nach Norden muss ich da führen? Ach komm, wir können eben hier grillen. Wir haben ja jetzt wieder 24 Light. Ich bin schade, dass er sich nicht, äh, zu mir ans Feuer setzt. Ich gehe mal hier entlang. Ich gehe mal hier entlang. Na, ich frage mich auch, wo wir den Hetzer finden können. Ich gehe mal hier, wenn du ihnег triffst. Ich gehe mal hier. Ich gehe jetzt. Ich gehe mal hier. Ich gehe ja nicht. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Ach, wie war das? ok hier haben wir noch ein paar hier und ein schattenläufer und ein schattenläufer und ein schattenläufer ja den haben wir so da hinten gab es aber auch noch so wir dürfen gleich wahrscheinlich gegen die wölfe kämpfen so den haben wir auch so hier waren aber noch ein paar hirsche aber keine hochweiden hirsche so wo sind die hochweiden also die hirsche von hochweiden die wölbe ist uns wieder die will ich jetzt nicht da haben wir ein lagerfeuer und noch zwei säbelzahnkatzen ein goblin ein gobo ist nur hier also nochmal lagerfeuer wir müssten wieder einiges an fleisch haben so 22 vielleicht muss ich hier oben lang hasen aber keine ahnung wo die hochweiden hirsche jetzt noch sind also die letzten noch eine säbelzahnkatze noch eine säbelzahnkatze zwei da sind nochmal zwei da sind 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 Ich will nur das in der Farbensküste. Okay, wo bleiben die anderen? Das Schöne ist, wenn die da hinten sind, die können nicht zu uns, die Katzen. So, da kommen die Gobbos wieder. So, da kommen die Kommen die gleich wieder? Hier. So, aber jetzt ist es nicht klar, wo sind die Hochweidenhirsche? Und es waren vorhin sehr viele. Da waren Troll. Und noch zwei Ripper. Fridjof, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Fridjof. So, und die beiden Ripper machen wir noch eben. Drei. So, finde ich auch. Wo finden wir die, äh, die Hirsche, also die restlichen, die jetzt fehlen? Da haben wir noch, noch einen hier. Ja. Okay, das sind jetzt auch wieder ganz normale Hirsche. Ganz ehrlich, äh, wo genau befinden wir uns? Hier. Ah, okay, da oben. Und das gehört... Okay, wir müssen nochmal Richtung Süden. Vielleicht finden wir da die Hirsche, die wir finden müssen. Ähm. Ich hab mich schon gewundert, greifen die Hirsche jetzt an oder wie? Angriff der Klonhirsche? ich glaube wir müssten da hoch aber hier hat das eigentlich an sich gut weil wir da ordentlich fleisch bekommen alle erledigt alle erledigt ok frithjof ist schon praktisch als paladin den mitzuhaben da haben wir noch mal zwei hirsche aber bis jetzt noch nicht die hirsche die wir jetzt suchen an den katzen vielleicht vorbei und dann hier sind wir jetzt bei den hirschen wieder also das muss schon hier irgendwie sein in dem gebiet wo ist frithjof jetzt wieder hin da aber ich würde sagen wir machen hier in der nächsten folge weiter und vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao und 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 und